Auf die Couch, komm. Pünktchen, auf die Couch. Gut, sitzen. Platz, Platz. Pünktchen, auf die Couch. Sitz. Platz, Platz. Bleiben. Hier schon. Prima. Pünktchen, hier komm rein. Pünktchen, rein ins Auto. Gut. War das ein schöner Spaziergang? Bleiben, bleiben. Gutes Pünktchen. So brav. Klasse. Ja. Pünktchen. Ja. Yeah. Rakete. Ja, super. Ja, so gescheit. Super. Fräulein Wedel, hast du ganz toll gemacht. Gut, gut. Gut. Wenn er so anstrengt, macht er ganz vorsichtig. Ja, ganz fein. Das ist eine Liebe. Sie hat wirklich keinen Jagdtrieb, die Pünktchen, die will nur bei ihr... Ich muss laufen. Pünktchen. Komm, komm her, komm. Ja, komm her. Ja, komm her. Komm her, komm her. Komm her. Ja. 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 Nehmen wir auch gleich mit. Bei ihr habe ich einfach vor den Krallen auch immer Angst. Die haben wir mal im Gesicht gelandet, ne? So, das filmen wir jetzt mal. Das ist toll. Die weißen. so sportlich und sitzt kannst du auch im platz gescheite commit kann wir hüpfeln noch mal warte dieses kleine kinder so klug und so verschwurscht und so lieb du bist ja mein bestes mädchen hast du heute so viel gearbeitet ja so viel gearbeitet ja du bist das ganze feine